Einteilung der Betriebsarten nach der Branche Grundsätzlich kann eine Einteilung der Betriebsarten nach verschiedenen Kriterien vorgenommen werden. Hierzu zählen die Einteilung nach der Betriebsgröße, die Einteilung nach der Leistungserstellung bzw. die Einteilung nach der Branche. Zur Einteilung nach der Betriebsgröße und nach der Leistungserstellung haben wir uns bereits in einem anderen Video beschäftigt, weshalb wir uns in diesem Video auf die Einteilung nach der Branche fokussieren. Als Branche wird der jeweilige Wirtschaftszweig verstanden, in dem ein Unternehmen tätig ist. Und hier finden wir in der Praxis die nachfolgenden Unterteilungen vor. So können wir einerseits von Betrieben, aus dem Gewerbe bzw. dem Handwerk sprechen. Eine weitere Unterteilung findet in Handel und Industrie statt. Darüber hinaus unterteilen wir auch noch in Transport und Verkehr sowie Land- und Forstwirtschaft. Darüber hinaus können wir auch noch die einzelnen Branchen, Banken und Versicherungen, Tourismus und Freizeitwirtschaft, sowie den Bereich oder die Branche Information und Consulting. Untertitelung Vielen Dank.